Damit sich jeder einen Eindruck von unserem Büro für den Verein Miteinanderführende Dasein vorstellen kann, hier dieses knappe Video. Hier ist auch gleichzeitig das Seniorenbüro für Wolfsburg und die Sozialgenossenschaft Wolfsburg Aktiv. Das Portfolio finden Sie auf den Seiten Wolfsburg Aktiv. Hier soll auch eine sogenannte Bürogemeinschaft entstehen und hier will informiert werden, hier will beraten werden und hier möchte gearbeitet werden. Senioren 55 Plus nehmen hier Platz und finden hier Platz. Der eine braucht Unterstützung, der andere möchte Unterstützung geben und wir wollen ein Netzwerk für Wolfsburg, eine sogenannte Wolfsburger Gilde gründen und gemeinsame Geschäfte machen für die Zukunft planen. Ja, hier vorne ist der sogenannte digitale Stammtisch. Hier finden Donnerstagsgespräche statt und auch eine Vernetzung über die digitale Welt. Hier wird nicht nur gesprochen, sondern hier wird auch gearbeitet und gemacht und getan. Träger dieses digitalen Stammtisches ist der Verein Miteinanderführende Dasein und hier noch einmal so einen Rundumblick. Hier vorne sind die sozialen Räume, ich will da nicht weiter eingehen und dahinter das Stille oder der Stille Ort. Ja, von draußen noch einmal die Ansichten. Wir befinden uns hier Porsche Straße 98 im Hinterhof und der Zugang ist über die Schiller Passage. Die Schiller Passage ist eine Laufzone und in dieser Laufzone, da können wir auch noch einmal ganz kurz hingehen. Wir sind auch gleich hier neben der Neuland. Der Vorteil für den Büroservice und für die Bürogemeinschaft oder für diesen Büroservice im French-Eis wäre auch gegeben. Und Möglichkeiten, Senioren 55 plus wollen auch noch ein bisschen arbeiten ehrenamtlich, eine Tätigkeit haben. Und ja, so ist das Umfeld und hier ist die Laufzone in die Stadt. Schön, Feuerhaft. Würde das Klappenverfolge schicken? Ich kümmer mich. Mach ich. Lassen Sie das Fenster zu, wenn Sie keine Zeit haben, immer abwinken bei mir. Nicht auf mich böse sein. Ich bin Wolfsburg aktiv und ich weiß sie. Ich kümmer mich. Ich habe heute schon eine E-Mail an Ihnen geschrieben, an Herrn Brunsen. Ja? Tschüss, viel Spaß. Tschüss.